Wie groß ist die kinetische Energie einer 15 Gramm schweren Kugel, die aus einem Gewehr mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 650 Meter pro Sekunde abgeschossen wird? Hier die Angaben. Die Masse m beträgt 15 Gramm, also 0,015 Kilogramm. Die Geschwindigkeit v beträgt 650 Meter pro Sekunde. Wir suchen die kinetische Energie der Kugel, die wir in Joule ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir die Formel, kinetische Energie ist gleich zu m mal v² halbe. Wir ersetzen m durch 0,015 und v durch 650. So führt das zu dieser Rechnung und die Antwort beträgt 3168,75. Die gefragte kinetische Energie der Kugel beträgt also 3168,75 Joule.